Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Toni. Dies ist mein neuer Reise- und Lifestyle-Blog. In den vergangenen Jahren habe ich meine Erfahrungen aus 127 besuchten Hotels auf Holiday Check geteilt, mit sehr ausführlichen Bewertungen und natürlich vielen hochgeladenen Bildern. Denn für mich gibt es nichts Wichtigeres als in der Vorbereitung auf eine Buchung gewisse Informationen zu Ländern, Regionen und natürlich zu Hotels zu sammeln. Die zweite Variante ist für mich, Videos zu suchen, in denen man bewegte Bilder von Hotels findet. Und da dies relativ schwierig ist, habe ich mir gedacht, gründe ich für mich und natürlich für euch einen Reise- und Lifestyle-Blog. In Zukunft sicherlich nicht nur zum Thema Hotels, sondern auch zu Gourmet-Restaurants etc. Schickt mir einfach ein Feedback, schickt mir eure Wünsche, damit wir gemeinsam einen für euch und für mich interessanten Blog erstellen können. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Weihnachtsfest und einen guten und gesunden Start ins Jahr 2015. Die ersten neuen Hotels für nächstes Jahr sind bereits gebucht. Ich freue mich auf euch.